Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ganz spontan eine Morgenroutine. Also nicht jeder Tag ist gleich bei uns, aber ich habe ganz spontan die Kamera angemacht und drauf losgefilmt. Wir kuscheln morgens zusammen, bis dann einer von uns beiden heult. In dem Fall ist es meistens der Leandro, weil ich zu sehr kuschle. Dann stehen wir gemeinsam auf. Ich richte ganz kurz das Bett und mache dann gleichzeitig auch das Fenster auf, lüfte etwas. Danach laufen wir in jedes Zimmer. Das machen wir jeden Morgen so und machen gemeinsam die kompletten Rollläden zusammen auf. Das gefällt dem Leandro ganz arg. Der freut sich da immer sehr darüber, wie alle Rollläden aufgehen. Dann wird der Kleine erst mal gewickelt. In der Regel hat er meistens immer nur Pipi in der Windel. Und dann fängt es auch schon an. Seit einiger Zeit möchte er morgens nur eine Milch. Normalerweise isst er eigentlich morgens entweder ein Brei oder ein bisschen Brot mit Käse und ein bisschen Obst noch dazu. Aber das verweigert er momentan. Und er möchte dann immer Latte. Das bedeutet Milch. Und das werde ich dann zusammen mit ein paar Schmelzflocken in die Milch mit reinmischen. Und dann isst er eben die Milch. Und damit ist er eigentlich ganz fein. Also es ist nicht die Norm. Aber momentan möchte er einfach gerade nur sein Latte haben. Ich frage ihn immer morgens direkt, was er frühstücken möchte. Und er sagt immer Latte, Latte. Und das bekommt er dann auch. Wir haben die Baby Breezer, wie ihr gerade gesehen habt. Und zwar ist es eine Milchmaschine. Die haben wir bei Amazon bestellt. Kann ich euch super gerne mal verlinken. Danach mache ich mein Frühstück fertig. Ich esse jeden Tag unterschiedlich, hatte aber Lust auf ein bisschen Brot mit Käse. Ich mag zur Zeit sehr gerne Geramon. Das habe ich gerade in der Schwangerschaft so für mich entdeckt. Und dann mache ich mir ein Cappuccino mit der Alpro-Milch. Mag ich super gerne. Das ist eine Hafermilch. Das ist eine gute Alternative zur normalen Milch. Und die trinke ich schon seit über einem Jahr. Wir haben den Senseo-Milchschäumer und damit bin ich super zufrieden und versuche jetzt in Ruhe mal zu frühstücken. Und wenn ihr dachtet, dass in der Zwischenzeit der Kleine sich mit sich selber beschäftigt, habt ihr euch aber getäuscht. Denn die Wohnung sieht danach dementsprechend aus, wie ihr sehen könnt. Ich lasse ihn aber rumtoben. Nach dem Frühstück, nachdem ich auch meine Social-Media-Kanäle abgecheckt habe und der Kleine dann etwas verquengelig geworden ist, gehen wir zusammen ins Bad und waschen sein Gesicht und dann wird Zähne erstmal geputzt. Eigentlich kann Lerner schon selber Zähne putzen. Naja, wie man es nimmt. Aber heute war er ziemlich faul und wollte, dass ich ihm die Zähne putze. Das mache ich natürlich super gerne. Da albern wir etwas rum. Das dauert in der Regel auch so seine 10 Minuten, bis wir komplett durch sind. Aber hier einfach mal im Schnelldurchlauf. Danach verbringen wir unfassbar viel Zeit zusammen. Wir spielen locker über eine Stunde alle möglichen Spiele. Wir lesen Bücher. Wir tanzen zusammen. Wir bauen Türme. Wir spielen super viele Kleinigkeiten. Spielen mit dem Zug oder mit dem Ball. Und manchmal frage ich mich, wo ist eigentlich die Zeit hingeblieben? Na, jetzt weiß ich ja auch, wo die Zeit hin ist. Also das machen wir wirklich jeden Morgen. Danach begebe ich mich in die Küche und mache so langsam, langsam meinen Haushalt. Wenn ich dann einfach merke, dass Lerndro ziemlich gut beschäftigt ist. Er guckt mir eigentlich der Regel immer nur zu. Er liebt den Staubsauger. Er mag es mir zuzugucken, während ich den Haushalt mache. Dann werde ich endlich mal unser Bett zurecht machen. Ich mag es nämlich nicht, wenn das Bett nicht gemacht ist. Muss auf jeden Fall immer schön sauber bei mir aussehen. Inzwischen ist super viel Zeit vergangen. Das suche ich dem Lerndro ein Outfit aus. Und dann ziehe ich ihn an. In der Regel möchten wir dann in der Zeit eigentlich rausgehen. Jedoch habe ich dann festgestellt, dass er fast auf der Wickelkommode mir eingeschlafen ist. So ein kleines Vormittagsschläfchen halten wollte. Und schupsi wups ist er eingeschlafen mit Zamtklamotten. In der Zwischenzeit habe ich mich mal ganz kurz fertig gemacht. Habe meine Zähne geputzt. Habe mein Gesicht gewaschen. Da ich heute nur zu Hause bleibe und ein Free Makeup Day mache, werde ich mich einfach nur ganz leicht richten. Werde meine Gesichtspflege auftragen. Und bleibe heute einfach mal ungeschminkt den ganzen Tag. Obwohl ich es liebe, mich jeden Tag zu schminken. Aber heute war ein Free Makeup Day. Und mache nebenbei noch die Wäsche. Lass eine Waschmaschine laufen. Und mache andere Haushaltssachen in der Zwischenzeit, wo Lerndro schläft. Und dann geht es auch schon weiter bei dem Chaos. Ich werde hier weiterhin aufräumen. Das war meine kleine Morgenroutine, die absolut jeden Tag tatsächlich anders ist. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann!